Effi Briest, der Welterfolg von Theodor Fontane, kommt als Musical nach Nürnberg. Ich fliege frei wie ein Vogel der Sonnengegen. Die mitreißende Liebesgeschichte einer jungen Frau, die für ihre Freiheit kämpft. Ab dem 27. November im Heilig-Geist-Saal. Sichern Sie sich noch heute Ihr Ticket unter stadtmusical.de. Effi Briest. Spannend bis zum letzten Atemzug. Präsentiert von Radio F.